weiter geht's ich hab die spitzhacke jetzt dann fangen wir an zu bullen nach unten immer in treppenform da nicht du musst stufenweise du musst ja irgendwie wieder raus ist doch bescheuert ja du musst ja irgendwie rauskommen du kannst ja nicht fliegen au da war einer da muss ja überlegen wie ich baue ja das ist doch doof das überfordert mich alles doch doch da ist die höhe nicht mehr oberheisen 58 wissen bei der minecraft mechanik muss man dass die erze immer auf bestimmten höhen sport ja man zum beispiel ganz tief eisen weiter oben wenn du jetzt noch hier eine etage runter gehst hast du eine gute höhe dann kann sie einfach mal gerade ausprobieren ist was findet und denkt daran immer mal eine fackel zu setzen an die wand weil sonst vor einem monster könnten jetzt noch ärgerlich so ein bisschen wasser hinsetzen hier ist irgendwas grünes das ist schon das erste erz wenn du das anguckt steht sogar drüber was es ist ja uranerz kannst du noch nicht abbauen extra dran da ist so ein rotes kreuz drunter ja mal kurz dauert aber jetzt lange hier zu hämmern oder weil sich die dings abnutzte die axt oder was ach so ich tue mit der fackel naja gut dass das geht natürlich nicht doch aber es dauert extrem lange haben wir schon gewundert er ist denn hier schon wieder kaputt hier in den minecraft welt wo ich noch tiefer oder was ich bagger jetzt einfach hier unten ein bisschen weiter ja also da bin ich wieder moses muss ich noch weiter runter kannst du auf der höhe einfach geradeaus ich will jetzt eine große höhle bauen solltest du nicht machen weil wenn du dich nach links baust kommt gleich wasser das ist die schwindel naja da sind sie neben hat gar nachgeguckt naja dann müsste er mich retten die wahrscheinlich ich hab das wasser schon ausgestattet hier war so eine quenne oh ich höre hier was war da gerade so Musik oder was nee ich hab Kohle gefunden hier ist Kohle hier ist Kohle hier oben guck mal hier ist Kohle hier ist Kohle hier ist Kohle sag mal da ist Kohle das ist Kohle ah hier ist Kohle alles weg mitnehmen naja ich bagger allenfalls weg Bruno mit dem Bagger und der Bagger noch. Am Baggerloch. Ach Mensch, weg hier mit der Scheiße. Oh, guck mal hier, gleich so ein Bienenhäuschen gefunden. Nicht alles gibt, ey. So, jetzt hab ich Kohle ohne Ende. Ohne Ende. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, weil Kohle brauchst du halt am Anfang ziemlich viel. Wir fackeln, zum Ofen beheizen und und und. Was ist denn hier, was macht denn so ein Krach hier? Ich hab gegessen. Achso, machen wir doch nicht so Angst, Mensch. Hört sich ja grauenvoll an. Das Weiße nicht abbauen, das brauchst du nicht. Hier ist doch noch Kohle. Bessere, dichte Steinkohle. So, und nun? Hier, wo du weiterbauen, hier. Hier hast du auch gehört. Das ist ein Bienenhäuschen. Okay, wir sind, wir sind falsche Höhe, sehe ich gerade. Eisen ist nicht bei 58, Eisen war bei 38. War es einfach zu tief? Ja, dann müssen wir noch weiter runter wollen. Ach, wir müssen tiefer. Ja, schuck, schuck, schuck. Nicht, dass wir irgendwann in China rauskommen hier. Nö. Ich muss ja weiter... Ha! Mann, das hört sich auch wirklich ekelhaft an, die Scheiße hier. Kies. Kies abbauen. Hört sich immer so an. Als hier irgendwo ein Kanickel rumrennt. So, du hast ja jetzt mittlerweile ein bisschen Steine gesammelt, ne? Na ja. Wenn du gleich da deine Holzspitzhacke verdonnert hast, solltest du dir ein paar aus Stein bauen, weil die geht schneller und du kannst damit auch andere Sachen abbauen. Ich bagger hier einfach nur eine Runde rum. Das ist gar nicht mal, wo ich bin jetzt hier. Der Bodo mit dem Bagger und der Bagger hat ihn auch. Wo bin ich? Ja, genau. Ach, hier. Du musst halt immer mal Fackeln setzen, das ist dein Expand, ne? Du musst halt gucken, wie du wieder hochkommst, weil du hast deinen Weg schon zugebaut. Ich baue dir mal wieder einen Weg hin. Ha, ha. Ach, Quatsch. Habe ich? Ja, ja, guck mal. Du bist hier runtergekommen und krebst jetzt unten durch. Hier krebst du nie wieder hoch. Ich habe schon wieder Steinkohle hier gefunden. Ja, nimm mit. Kohle kannst du immer gebrauchen. Ja, wenn es mal auf dem Konto so weinen würde. Na, dann kannst du mit Steinkohle auch nicht wieder anfangen. Wenn du mal guckst, du hast ja rechts oben deine Minimap, ne? Ja, ja. Und da steht auch eine Y-Koordinate. Ja. Die zeigt dir immer an, wie hoch du bist. Du musst da runter, bis da eine 36 steht. Ach du Scheiße. Das ist doch doof. Dann findest du am besten Eisen auf der Höhe. Wolfsfälle. So. Was hast du denn von ne komische Farbe? Ist doch meine Farbe. Naja. Was? Na hier, so ein pinkes, äh, schlag mich, hau drauf. Ach, die Spitzhacke? Ja, gefällt mir. Ja, das ist das Material, aus dem hier gebaut ist. Guck mal. So, ich muss mal eine Fackel. Oh, hier ist ja überall Zeug. Ja. Ich hab hier einen Tunnel, der ist schon auf 36. Was? Lass den mal buddeln. Ja, ja, ich buddeln hier eine Runde. Total spannend. Wollen wir nicht nachher irgendwelche Leute hier auf den Sack hauen? Alter. Welche Leute auf den Sack hauen? Das ist der hässlichste Mannschaftsspieler der Welt. Welche Leute willst du noch mal auf den Sack hauen? Druck mal Tab, dann weißt du, wer da ist. Und, äh. Ja. Mal überlegen, ob du einen Admins auf den Sack hauen möchtest. Nee. Ich denke, hier gibt's auch so einen Modus, wo du andere auf den Sack hauen kannst. Muss aber auf andere Server gehen. Ja, aber nicht hier. Das kannst du nur nachts, wenn die ganzen Fliecher kommen, den hast du auf den Sack hauen. Ja, wir können Maximus ja mal alleine, so wie er jetzt ist, in Twilight vor uns schicken. Wie willst du dir denn jetzt mit deiner Ausrüstung jemanden auf den Sack hauen? Du hast kein Schwert, du hast keine Rüstung, du hast nichts, wirklich was zu essen, du hast ja noch gar nichts. Du musst dir alles erst holen. Und? Wir kriegen trotzdem auf den Sack. Haha, so wie der Bär oder was? Auskampf. So, ich bin jetzt bei 44. Ja, du hast doch gleich geschafft. Weiter, 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 weiter. Oder mal wieder eine Laterne aufbauen. Weißt du, was noch viel lustiger ist, Moses? Was denn? Was ist jetzt los? Wenn ich die Haue mit einer Fackel, das tut ihm sogar weh. Ja. Du willst doch mit ner Fackel hauen hier. Du willst doch mit ner Fackel hauen hier. Ich hab dir nur mit ner Fackel ein übergebraten, ey. Das ist ja von ner Scheiße, ey. Erde. Das ist Erde. Das ist vielleicht auch was, was du wissen solltest. So Sachen wie Erde, Sand, Kies, die baut man eigentlich mit ner Schaufel und nicht mit ner Spitzhacke ab. Ach. Geht schneller und dein Werkzeug wird nicht so schnell kaputt. Geht genau so schnell kaputt. Geht trotzdem schneller. Ist effektiver, sagen wir es mal so. So, Hacke kaputt. Ja, stimmt. Damit die Axt mische, ist egal. Nee, das geht nicht. Da kriegst du keinen Stein raus, wenn du mit der Axt haust und es dauert viel viel länger. Am besten gehst du jetzt wieder hoch. Du brauchst dir mal ne Steinspitzhacke oder gleich mehrere, wenn du nicht so aufs Hochlaufen willst. Ist ja anstrengend. Mir tut schnell der Rücken weh. Ich werd jetzt hier mal gleich dieses wahrscheinlich nicht so tolle HNZ einstarten. Alter, das können wir heute auch nochmal spielen. Links geht's hoch. Ach scheiße, ich renn schon wieder runter. Metal, was hast du hier von ner Scheiße gebaut? Wenn man bis gleich, ne? Verwirrst den armen Kerl. Mach mal wieder zu hier. Wo muss ich hin? Na hier. Da, wo du herkommst. Es war aber irgendwie, sah es vorhin anders aus. Ja, weil du da angefangen hast runterzubringen. Weil du wieder rückwärts gegraben hast. Ah, mein Hau ab Vieh. Ich find das Vieh geil. So, jetzt hau ich bestimmt ab. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ich hab's erschossen. Ich hab's erschossen. Äh. Muss ich ja irgendwas machen mit den Steinen, oder was? Muss ich Steine... Ich mach's kein Marble. Kein Marble. Den Marble raus, nur Steine. Ach so, ja. Das ist Marmor, was du da hast. Ach so, Marmor raus. Schau mal hier so. Genau. Ah, so. Ah. Du wirst gleich merken, mit Steinen geht das schon ein bisschen schneller. Ach, ich hab hier ein Holz mehr. Scheiße. Ah. Ich muss die ganze Scheiße hier wieder wegpacken. Das ist ja... Rotze. So. Hier reinpacken. Äh. Ach. Das weg hier. Wie war das nochmal? Zwei Holzbretter übereinander? Bringt, äh... Ja, ja. Glocker. Gut. Ach. So. 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 Mein Inventar ist ja bald voll. So. Inventar ist gleich voll. Na, oder? Ach, ich kann es ja übereinander stapeln. Scheiße, ja. Ja. Du kannst auch die Kisten zum Lagern. Ach, 64 ist dann das meiste, oder was? Genau. Ja. 64 ist dann fertig. So. Ich hab jetzt, äh... Fackeln war ja mit der Kohle, ne? Genau. Ein Stock, eine Kohle. Ach, ich hätte da noch ein paar Stöcker machen müssen. Oh, was ist denn jetzt los? Ah. Ich bin vom Zauber. Komm, komm wieder rein. Der Fackel, der Fackel, der Fackel, der Fackel. Zurück zum Hauptmenü. Naja. Warte mal, wir machen das anders. Wir machen das anders. Aber ich hab wieder was gelernt. Na toll. Haha, ich kann Fackel bauen. Wir haben das natürliche Mal. War. Also, ich bin der Tatum. Vielen Dank.